Liebe Damen, liebe Freundinnen unserer heutigen Gastgeber-Designerin Christina Duxer, sie hat sich anlässlich dieses Charity Lunches zugunsten der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe etwas ganz Besonderes einfallen lassen, nämlich eine eigene Charity-Kollektion für ihre Modellinie Christina Duxer Couture in hochrelegantem edlen Schwarz. Petit Noir, von deren Verkauf je 50 Euro pro Kollektionsteil als Spende an die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe weitergereicht wird. Und Sie, meine Damen, dürfen diese Kollektion jetzt als allererste ganz exklusiv betrachten, präsentiert mit Schuhen, Hüten und Taschen, unsere Sponsors Walter Steiger, Strumpftrenz von Falke und funkelnden, wunderschönen Spruchstücken aus der Jürgens Juwelenschmiede sowie den unverzichtbaren Silhouette-Schmeichlern von Mühlmeier Body Shaking. Die Visagisten von Yves Saint Laurent zaubern einen herrlichen Winterlook. Lassen Sie sich bitte verzaubern. Viel Spaß! I just want to ask a question. Who really cares? To save a world in despair Who really cares? There will come a time When this world won't be something When this world won't be something Flowers won't grow No, no, no I am the best Won't be raining Who really cares? Who really cares? Who is willing to try To save the world That it's destined to die When I look at the world Oh, it fills me with sorrow Children today Children today Really super tomorrow Oh, what a shame Such a bad way to live Such a bad way to live Who is to blame When we cannot stop living Oh, live, live for life Live, live for life But let's leave everybody Live life for the children Oh, for the children Oh, save them Save the babies Save the babies Save the children Save the babies, 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 babies They come over Es ist mein Gesicht, mein Gesicht, mein Gesicht, mein Erzua, ist mein Allure, ist es die Grasse Anglo-Saxone, de ma Cambrure, ist mein Sourire, oder die Lelégance Distinguée, de mein Cashmere, Quoiqu'il en soit, c'est moi le plus beau du quartier. Mais, mais prenez garde à ma beauté, à mon exquise ambiguïté, je suis le roi du désirable, je suis l'un des avions. Observez-moi, observez-moi de haut en bas, vous ne verrez pas de comme ça. Je suis le favori, le bel amour de toutes ces dames et de leur mari, regardez-moi. Regardez-moi, je suis le plus beau du quartier, je suis le préféré, mes belles victimes, voudraient se pendre à mes lacets, ça les abîment, les beaux messieurs, voudraient tellement déshabiller, ça les abstinent, bien malgré moi, oui, bien malgré moi, je suis le plus beau du quartier, mais, mais prenez garde à ma beauté, à mon exquise ambiguïté, je suis le roi du désirable, je suis l'un des avions. Observez-moi, observez-moi de haut en bas, vous ne verrez pas de comme ça, je suis le favori, le petit chéri. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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